Der Unternehmer Siegfried Wolf sieht sich als Opfer von Erpressung durch das Finanzamt, das im Rahmen einer Großbetriebsprüfung mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht haben soll. Die Anwälte des Millionärs mit besten Kontakten zu Russlands Wladimir Putin haben eine Disziplinaransage gegen das Finanzamt eingebracht und würden sich im Fall einer Anklage als Privatbeteiligte auch anschließen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutet einen verbotenen Deal zwischen Wolf und einer Finanzbeamtin. Sie soll Wolf einen Steuernachlass gewährt haben, Wolf soll sich im Gegenzug bei Chatman Thomas Schmid dafür eingesetzt haben, dass diese Beamtin an ein anderes Finanzamt versetzt wird. Auslöser waren Chats von Thomas Schmid. Es gilt die Unschuldsvermutung. In seiner Einvernahme sprach Wolf von Einschüchterungsversuchen durch die Finanz, während der Großbetriebsprüfung sei von einem inzwischen verstorbenen Beamten mit der WKStA gedroht worden. Insider halten das jedoch für einen Bluff und genau hier setzen aber Wolfs Anwälte an. Fortsetzung folgt.